Und nachher, äh, etwa 20 Joghurt oder 10,5, hm? Ja, du hast ja mehr als 10 oder 20. Ja. Und nachher, äh... Ja, aber nachher hast du Energie, um am Abend noch auf der Rollo fahren, wenn es warm ist. Ja, nein, dann fahre ich, äh, draussen. Weisst du, dann kann ich mit dem Bello arbeiten, weisst du, was ich meine? Du meinst, hast du noch jemanden freien Platz zum Fahren? Hä? Ja, kannst du doch nicht einfach eine 30er-Zone hochheben? Hä? Nein.